Ich bin Herbert Huber, GBA Regionalsekretärin Salzburg. Ich blogge in meinem eigenen Weblog seit guter zwei Jahren. Hintergrund war einfach Informationen aus der Gewerkschaft selber. Mir war einfach die Homepage irgendwo zu wenig und hatte auch Freiraum schnell aktuell etwas zu berichten. Das macht ganz einfach Spaß. Mittlerweile mache ich auch Facebook. Das heißt, ich verlinke im Rahmen von Facebook, wo ich gerade unterwegs bin, im Sinne der Gewerkschaftsbewegung, zu meinem eigenen Weblog mit Fotos, mit Informationen. Das wird von einigen Leuten angenommen, wo ich gerade gerechnet habe, ob damit das auch genommen wird. Und ihr eigentlich Kontakte kriegt, wo es vorher auch keine Kontakte bekommen hat.